Ich kann auf alles kacken und so. Ich kack auf vieles. Ich kack auf viele gesellschaftliche Sachen. Weil das hier Geld kostet, sind Punker immer brod. Und schnurren bei uns für Bier und Zigaretten. Doch Andreas Holz ist jemand, den so etwas nicht stört. Er kommt im Geburtstag und bleibt gar nicht in Schürt. Doch Andreas Holz ist jemand, der so etwas nicht stört. Er kommt im Geburtstag und bleibt gar nicht in Schürt. Ich weiß nicht, Konfuzius hat mal gesagt, wer anfängt zu sein, hat aufgehört zu werden.